ja 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 ich meine ja ja ich hab glaub ich nichts anderes gebaut ne ok, ähm hab ich irgendwo noch, ja ihr seid untätig ihr baut mir die Schießanlage da hin Speer, verzieh dich mal so ja, die haben hier ja, ich komm, ich geh raus ja, ich hab keinen Bock mehr, macht alleine ja, hab mir direkt die Gebäude reingebaut, wie soll ich denn das ich hab meine Einheiten losgeschickt und die sind weg wie sind die was ist denn das was ist denn das ich bin verwirrt ich bin verwirrt sind Einheiten von mir ne, kann gar nicht sein oh oh da sind die alter weiter halt durch Florian leck mich boah boah, jetzt gehen die schon wieder falsch nicht ihr das candid ach wie e wie apple me Alter, wollt ihr mich verarschen? Die haben mal einen scheiß Marktplatz übernommen. Ach, verdammt, da geht's nicht raus. Ich bin so doof. Okay, es kann doch ein bisschen länger dauern, bis ich jetzt bei dir bin. Verdammt noch mal, ey. Keine Chance, sind zwei auf mich gehen, was ich euch machen. Na ja, klar. Jetzt haben die... Die haben 8 Millionen Kasernen und Zeugs vor meinem Haus. Vor meinem Schlauch zu gebaut, ey. Auch noch die Scheiße fertig. Jetzt. Yes! 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 ...バター... Lauf du wenigstens mal was. Ja, ja, ja. Ja, ich, nee, ich, ich. Entschuldigung, ich schick mir meine Einheiten zu dir jetzt. Ja, super, bringt mir eh nichts. Wer weiß. Ich. Alter. Mein, der kommt nach und nach. Ich komme doch zu nix hier, ey. Bin schon da. Toll, bringt mir nix. Ich will ihn. Ich will ihn. Fight. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Patal. Ja, ja, ja. Fight. Yes. Yes. Oh. Ja, ja. Ich will ihn. Yes. Ich will ihn. Ich will ihn. So, Bäm, Alter. So, und die machen wir platt jetzt. Geht's voll ab hier. Leck mich einfach am Arsch. Du hörst dich nicht so motiviert, leck mich am Arsch. Mach mal platt nach acht Stunden komisch, bei mir ist alles am Arsch, ich kann ja nix mehr machen. Was soll ich machen mit meinen fünf Einheiten? Ja, ich sag ja nix. Du, nach 20 Stunden, man auch auch nicht mehr kommen, ist alles kaputt. Du, verpäbische Einheiten, nur, das ist ein viel zu unentwickelt. Wir haben nur voll die fetten Einheiten. Ich komme damit zehn Leuten, die macht einen Mann, macht die kaputt. Ich kann ja nix mehr machen. Keine, keine... Typen mehr. Okay. Wenn du die Einheiten mit deinen Typen angreifst, hier greifst du die Gebäude an und lässt dich kaputt machen. Weil die Einheiten viel zu schnell sind für meine Leute. Du Pfeife. Ja, dann lockst sie zu meinem Turm oder so. Laufen die hinterher. Ich kann nix machen, ey. Keine Nahrung. Meinen Marktplatz haben sie mir mit scheiß Mönchen übernommen. Ey, wieso unfair ist das beide auf mich gehen, ey? Einen hätte ich locker geschafft, kein Problem. Den einen war grad bezwungen und dann wollte ich grad Mauer bauen und dann kommt der andere. Toll. Dann hab ich den kaputt gemacht, kommt der nächste wieder und irgendwann kann ich auch noch mehr. Boah, ihr Spasten, ihr sollt in den Turm rein... Entschuldigung. Du tust mir grad voll leid. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tschüss!